so hallo zurück auf der Südhemmern ja es hat sich hier einiges getan wir haben hier einiges offline gearbeitet das eine Kornfeld ist weg gerade erinnern wir noch das Maisfeld und gerade habe ich die Turfproduktion sucht habe es jetzt endlich auch gefunden wer die Turfproduktion sucht ist ganz links unten über Taverne zwischen Hafen und Taverne rechts von Feld links von Feld 26 da ist die Turferstellung ich habe das nicht gefunden ich weiß auch nicht durch jetzt habe ich ein bisschen nachgeguckt und ein bisschen genauer nachgeguckt und jetzt habe ich es endlich 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 gefunden jetzt kann man hier auch ein bisschen Geld mitmachen ich habe jetzt ein bisschen Sprit noch drin hier steht der kleine Fendt der braucht noch mal Saatgut stimmt wir haben hier nämlich schon ausgesät und zwar Sonnenblumen hier genau mehr als ihr habt mindestens sicher mit lockerer eine Stunde offline gespielt es hat sich einiges getan hier Maschinen haben wir noch keine mit reinkommen soweit ich weiß jetzt würde ich sagen gucken wir nach dem Dünger kurz der stand ja irgendwo hier glaube ich drin genau glaube ich oder war das bloß nicht da stand auch Dünger so genau so wie gesagt da haben wir Sonnenblumen angesät jetzt passiert mal eine Stelle so wo ich aufgehört habe hier irgendwo ah hier so so der ist jetzt auch bald fertig hier genau genau hier sieht es so aus da drüben steht da Mr. Thrasher wir ernten hier gerade Mais ab so der ist auch fast voll mit Mais okay so so dann wollen wir den mal auskippen hier neuer steht sogar noch richtig oh 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 so so ich hoffe das passt alles voll rein naja wird eng werden wahrscheinlich aber wir probieren es so so der ist leer oder so so die Karte anmachen weil ich finde ich mit Sicherheit nicht nach Hause oh wir haben jetzt auch nicht viel hier reingekippt so na ein bisschen Torf haben wir schon genau ähm okay wie viel Sprit haben wir noch okay das hat wohl nicht lang gehoben schade ja gut wir haben jetzt auch viel investiert für den Sprit hier der war nicht gerade billig so das heißt ein bisschen Sprit produzieren und dann den selbstgemachten Sprit da reinschmeißen ja so zack hier geht es zur Tervane hoch jetzt muss ich mal die Karte groß machen weil sonst finde ich mit Sicherheit nicht mehr nach Hause ähm wir fahren jetzt gleich vorne links dann rechts so dann müssen wir da mal in der ruhigen Milieu noch einen Kurs machen hier oh mein Eifert verpasst naja gut dann fahren wir halt hier so und fahren hinter der Zuckerfabrik dann praktisch links äh rechts oh Bahnlinie so jetzt machen wir hier und dann müsste der Handel irgendwann die Brücke ja auch kommen so gut ich glaub oh was war das jetzt gerade hier da kam einer ups hab ich nicht gesehen okay das war auch der Lichtschein im Weg ich hoffe es wird bald wieder Tag hier okay jetzt hat wieder mal einer was fertig ach Halt steht zum Hof Halt hoffentlich kommt da niemand mal kurz noch den Deckel zu machen so naja okay naja okay Kurs wie gesagt machen wir noch das müssten unsere Sonnenblumen sein eigentlich hier links so so jetzt müssen wir den aber kurz mal hier hinstellen so jetzt fahren wir mal kurz aufs Feld ähm Moment mal kurz ich glaub hier rüber müssen wir kommen wir auch hier raus ich hoffs na ich glaub hier kommen wir schon raus genau oh oh ups dann darf der Dicke hier mal kurz noch grubbern ein bisschen so so viel Spass du bist fertig du kannst zurück zum Hof beziehungsweise du kannst gleich rüber kommen eigentlich dann machen wir einfach ein bisschen Licht hier oh ich geh mich einfach nicht los auf der Karte wie es aussieht hehehe so jetzt oh Oops so he gets some hoff so he gets some hoff Und wir können auch da hinten rein fahren. Nee, Dünger wollte ich eigentlich nicht. Okay. Nur nochmal drücken. Nee, ich will keinen Dünger reinlassen. Moment mal. Jetzt geht's wieder. So, Dünger reicht euch mal noch ein Weichen. Ähm. Ja. Upsa. So, wie sieht's hier aus? Der ist auch fertig. Mua. So. Ähm. Ah, okay. Wollte ich grad schon sagen, es passt nichts mehr rein in den Kübel hier. So. 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 So machen wir jetzt den Einglappen. Moment mal. So. So. drüben. So. 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 FROM thank you. And then. Right. So. 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 Ah ja, gut. Sehr vorteilhaft, den Ausgang zu nehmen und nicht über das Frischkrupp oder das Feld zu fahren. Aber Leute, das soll es gewesen sein für die Folge. Gebt noch ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Wir haben immerhin ein bisschen Torf gemacht, abgebaut. Und man sieht es in der nächsten Folge. Bis denne Mal und ciao.